Oh mein Gott, ne Hühnchen, ne Hühnchen! Ja, vom Geist erschlagen, ist richtig. So, nehme ich jetzt mal den Enterhaken, weil ich den mag. Den Hookshot. So, ähm, wie war das jetzt noch? Ach so, ja. Ich müsste jetzt nur auf Glück hier irgendwo mal reinfallen. Und dann hoffen, dass es die richtige Stelle ist. Nö. Mal sehen. Ich glaube, hier rechts war das, um mich zu erinnern. Nein, falsch gedacht. BAMS! Was ist davon? Dann war es hier links. Nein, auch nicht. Wieso habe ich jetzt ein Safestick gesetzt? Ich wollte doch gerade mal gucken. Schade aber auch. Dann muss ich das jetzt eben normal und fair suchen gehen. Hier ist ein Herz drin. Mein Gott. Hier haben wir gestern aufgehört. Was war das für eine schlaue Aktion? Ich weiß es nicht. Nein, 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 nein. Und hier rechts? Komm, hier rechts muss es jetzt sein. Nee. Oh mein Gott. Ich suche diesen Raum, wo ich diese Statue dahin geschoben habe. Auf diesen Schalter da. Oh mein Gott. Aber mir ist jetzt stauerweise dann auch eingefallen. Wieso habe ich den immer nur versucht zu schieben? Schieben ist klar, dass das nicht geht. Aber man kann auch an Gegenständen ziehen. Ziehen. Und dann hätte ich den einfach raufziehen können. Aber nee. So. Komm ich jetzt bald mal dahin oder was? Ich glaube dann ist er auf der anderen linken Ebene da. Toll. Ich habe übrigens wieder einen, einer meiner Lieblings SNES Spiele gefunden. Ist das jetzt überhaupt hier richtig? Ja, genau den Raum habe ich gesucht. Und das Spiel werde ich auf jeden Fall spielen. Ich hatte mir eine Top 100 SNES, also SNES Top Liste von den Top 100 Spielen angeguckt. Und da war das... Da war das Spiel nicht bei. Ich bin total geschockt. Haha. Ihr kennt mir nichts. Ihr kennt mir nichts. Ihr kennt mir nichts. Ich war total schockiert, dass das Spiel nicht... bei der Top 100 Liste drauf bei ist. Hm. Aber ich verrate euch nicht, welches es ist. Ihr müsst es selber sehen. Aber wenn es soweit ist, dann sage ich natürlich, dass ich das meine. Das Spiel. Eins kann ich noch verraten. Es ist ein Spiel... ohne Speicherstand. Das heißt, ich werde es wieder mit einmal durchspielen müssen. Und dann natürlich in Parts aufteilen und so. Aber das ist ja... logisch, denke ich mal. So. Einfach geht das. Oh mein Gott. Was sind das denn hier alles für Viecher? Wuh. Scheiße. Fick dich. Was bist du für eine, Alter? Hey. Schade aber auch. Was ist der Schlüssel? Wuh. So. BAM. Was habe ich dich da noch? Und dich jetzt auch noch. So. Bombe. Och. Ich wollte doch mal gar nicht durchgehen. Egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder Energie. Maggi. Die ich sowieso nicht brauche. Beziehungsweise nie benutze. Jetzt kann ich aber zur dicken Truhe. Und mal sehen, was es da heute Schönes gibt. So. Und raus hier. Wurde meine Energie eigentlich mehr oder weniger? Ja. Ich glaube mehr. Das ist doch ein gutes Zeichen. Jetzt wurde zu weniger. Weil ich von dieser Schimmelkartoffel angegriffen wurde. Oh mein Gott. Kann mir jemand sagen, was das darstellen soll? Eigentlich soll das eine Paprika darstellen oder? Äh. Ich habe keinen Plan. Was das darstellen soll. Dieses. Viech, was hier draußen immer rumhüpft. Oh. BAMs. Ey, was war das denn? BAMs. BAMs. Ach, ich muss ja hier durch. Stimmt. War ich ja doch gleich auf dem richtigen Weg. Ey, ich ging da auch gar nicht rein. Achso, ich wurde durch einen Rückschlag nach hinten geschubst. So. Und durch hier unsere Düngentruhe. Komm her jetzt hier. Und du auch. Yeah. So. Was ist das? Was ist das? You found the fire ward. This ward commence the wet fire. But watch your magic meter. Oh mein Gott. Jetzt habe ich nicht nur Eis, sondern noch Feuer. Wuuu. Ja. Ist doch schön. So. Und damit kann ich jetzt garantiert da oben dieses dicke Skelett Ding da, wo ich eigentlich zum Master Schreck gekommen bin. Weg burn. Kaputt machen, damit ich da durch kann. Oh mein Gott. Wie schwer ist das dann rauszufinden? Das weiß ja alle, dass Knochen sehr empfindlich sind auf Feuer. Oho, oho, oho. Ah, ich glaube ich muss hier durch. Hier, Paprika, ich nenn dich bis jetzt Paprika, bis mir jemand sagt, was das sein soll. Ich brauch nicht unbedingt diesen, wie das Ding in Legend of Zelda jetzt heißt, sondern was das darstellen soll. Also nicht verwechseln. Ey, ich kill dich jetzt hier. Schade auch. Jetzt, jetzt, jetzt. Ha, ich wusste es. Ich wusste, dass ich es kann. So, Firewart und funktioniert's. Es funktioniert. Oh, wer hätte das gedacht. So, mach Fresse auf, jetzt komm ich rein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, eine Truhe. Oder auch nicht. Was ist das denn? Dann geh ich lieber erst mal oben lang. Oh mein Gott, ein Schlag reicht heutzutage? Heutzutage? Heute zur Zeit. Äh, ja, ich hab keinen Schlüssel. Alles klar. Geh ich doch mal hier unten lang. Ich will aber die Truhe. Komm ich noch nicht hin. Schade auch. 2 痢3 0 0 0 Vielen Dank.